Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt bei Deiner Feuerwehr im Ort ErzTV Kompakt beschäftigt sich am Donnerstag mit Begreifen im Freien, warum hängt die Fledermaus verkehrt herum Beratung in Aue, wo können Verbraucher Rat bekommen Und Geschichte in Bildern, was geschah vor 10 Jahren Glück auf die Nachrichten aus der Region Stolberg bekommt ein gemeinsames Fahndungszentrum der Polizei Die Polizei Sachsen und die Bundespolizei werden von diesem Zentrum aus die gemeinsame Fahndungs- und Kontrolltätigkeit im Raum Mittelsachsen koordinieren Vor zwei Monaten hat in Bad Schlema ein neues Seniorenzentrum seine Pforten geöffnet Seitdem sind dort 17 pflegebedürftige Bewohner eingezogen Die Einrichtung trägt den Namen Azurit, Seniorenheim Alte Gläsberg Schule Denn das nun umgebaute Objekt diente von Mitte der 1950er Jahre bis 2003 als Schulgebäude In ERZ-TV, das Magazin wird ab Sonnabend über die neue Nutzung des Hauses berichtet Anlass ist die feierliche Eröffnung des Seniorenzentrums am 23. August und ein Tag der offenen Tür am 24. August Auf 25 Jahre Verbraucherschutz in Aue wurde am Mittwoch bei einem feierlichen Empfang zurückgeblickt Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus hat dabei die Beratungstätigkeit der Verbraucherzentrale im Erzgebirgskreis gewürdigt Zur Feststunde in Aue sagte Kraus, die Verbraucherzentrale leiste einen unverzichtbaren Beitrag, indem sie Verbraucher über deren Rechte informiere Rund 120.000 Menschen haben in den letzten 25 Jahren Beratung oder Informationen bei Simone Volt und ihren Kolleginnen der Verbraucherzentrale Aue eingeholt Egal ob es sich dann um Abzocke bei Kaffeefahrten, windige Zeitungsabos oder unseriöse Partnervermittler gehandelt hat Oder neue komplexe Themen aus der digitalen Welt, dem Finanzsektor oder den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen betraf Die Verbraucherschützer in Aue waren mit Rat und Tat zur Stelle Für kleine Leute legen sie sich auch mit großen Tieren an, sagte Kraus mit Blick auf die Prozesse der Verbraucherschützer mit Banken und Sparkassen Seit 25 Jahren unterhält die Verbraucherzentrale Sachsen in Aue eine Beratungsstelle in der Bockhauer Talstraße 4 Dass die Stadtwerke Schneeberg die Schulanfänger in Schneeberg, Bad Schlemer, Eibenstock und Sosa mit einem ABC-Starter-Set überraschen, ist zur Tradition geworden Im Schulstartbeutel sind Dinge, die einem ABC-Schützen hilfreich sein können und über die er sich natürlich auch freuen kann Nachdem das Unternehmen bereits in den Schneeberger Grundschulen war, besuchte Geschäftsführer Gunnar Friedrich seit neuestem Botschafter des Erzgebirges Gemeinsam mit dem Silberstromer auch die Erstklässler der Grundschulen in Bad Schlemer, Sosa und Eibenstock Bereits zum fünften Mal hieß es am vergangenen Wochenende in Schwarzenberg Waldbühne anders erleben Zum ersten Mal wurde das beliebte Konzertwochenende allerdings durch regional engagierte Unternehmen um einen großen Familientag am Sonntag verlängert Bei freiem Eintritt strömten über 1000 Besucher bei schönstem Sommerwetter auf das Open-Air-Gelände Dort nutzten sie das vielfältige Angebot der Veranstalter Höhepunkt des Nachmittags war das Kindermusical Peter Pan, aufgeführt vom Team des Bergtheaters Thale Dafür wurde die Bühne sogar um ein echtes Piratenschiff erweitert Peter Pan, die Fee Tinkerbell und Captain Hook verzauberten das große und kleine Publikum Wir sind begeistert, dass die Premiere des Familientages auf eine so große Resonanz gestoßen ist Freut sich Sascha Wehrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwarzenberg, einem der Veranstalter Wehrmann kündigte bereits eine Neuauflage für das kommende Jahr an Nächtlicher Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Eibenberg, Burkhartsdorf, Kemptau, Meinersdorf und Thalheim sowie den diensthabenden Kreis Brandmeister Sie hatten am Donnerstag ab gegen drei Uhr in Eibenberg Strohballen zu löschen, die auf zwei Traktoreinhängern gelagert waren Dank des schnellen Einsatzes der über 50 Kameraden konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere in der Nähe gelagerten Strohballen verhindert werden Das Hotel Seigerhütte in Olbernau wurde im Rahmen der Nachklassifizierung vom Landesverband Dehuga Sachsen von einem Drei-Sterne-Superieur-Hotel auf ein Vier-Sterne-Hotel heraufgestuft Seit Juli 2019 ist das Bergbauensemble ein Einzeldenkmal im UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge Kroschnohori Einen spannenden und abenteuerlichen Tag in der freien Natur erlebten die Jungs und Mädchen der zweiten Klasse der DITES-Grundschule Wilkau-Hasslau Sie machten zu Beginn des Umweltbildungsprojektes Natur zum Anfassen Station in der Naturherberge Afalta, um einiges über die Natur zu erfahren Die Unternehmen Mitgas und NWAM sind Förderer dieses Projektes für den Nachwuchs Wir sind im Rahmen Natur zum Anfassen heute auf diesem Hof Afalta ist einer unserer jüngsten Projektpartner im Rahmen des Projektes Zehn Jahre insgesamt unterstützen NWAM und Mitgas das Projekt schon Hintergrund ist, dass wir uns natürlich auch unserer Umweltverantwortung sehr bewusst sein müssen Gerade in den heutigen Diskussionen zum Klimawandel, zum Klimaschutz Wir wollen die Kinder und Jugendlichen eigentlich sehr frühzeitig an einem bewussten Umgang mit der Natur heranführen Und wo gelingt das nicht besser als auf einem Naturhof? Seit zehn Jahren unterstützt das Unternehmen das Projekt Natur zum Anfassen und hat inzwischen 13 Naturhöfe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg für kostenfreie Exkursionstage zur Verfügung Auf dessen Höfen können Kinder der Klassen 2 bis 6 kostenfreie Exkursionstage genießen wie ebenfalls an der Naturherberge in Afalta Eine erste Einstimmung auf diesen Naturerlebnistag vermittelte Carolin Prott den Kindern Sie zeigte den Jungs und Mädchen einige Insekten wie Käfer, Hummeln und Wildbienen Aber auch die unterschiedlichsten Entwicklungsstadien von Insekten waren Thema an diesem Tag Und dann lernten die Kinder noch, warum es überhaupt kein Unkraut gibt und warum die Brennnessel im Garten so wichtig sein kann für Schmetterlinge Großes Staunen gab es dann bei den Grundschülern, als sie ein Wespen- und ein Hornissen-Nest sahen In diesem Jahr heißt der Themenschwerpunkt bei Natur zum Anfassen Naturphänomene, warum hängt die Fledermaus verkehrt herum Ja, warum hängt sie eigentlich verkehrt herum Dazu hatte Alea eine Vermutung Ähm, die Fledermaus, die hängt kopfüber an ihren Beinen, damit die schneller losfliegen kann Zur Begrüßung der Kinder kamen einige Vertreter von NWAM und Midgas sowie der Bürgermeister von Lösnitz, Alexander Troll Er begleitete die Kinder zu einigen Stationen und war verblüfft über die Kenntnisse der 27 Schüler und Schülerinnen Die Steppkes lernten, dass der Mensch fünf Sinne hat und dass bei einigen Tieren davon einige besonders stark ausgeprägt sind Wie zum Beispiel beim Adler, der besonders scharf sehen kann Und warum bekommt ein Specht keine Kopfschmerzen, wenn er doch den ganzen Tag am Holz zimmert Und auch hier gab es eine verständnisvolle Antwort Der hat eben, der hält den ganzen Tag das Geklopfe aus, weil der dahinter sein Gehirn ist abgepolstert, dass der das nicht so sehr merkt oder hört Auch der Tastsinn der Kinder wurde auf die Probe gestellt Sie mussten mit verbundenen Augen über unterschiedliche Untergründe laufen oder Bäume ertasten und diese im Anschluss wiederfinden Und dann wurde noch der Geruchssinn der Kinder auf die Probe gestellt Dazu hatte Carolin Brott vom Landespflegeverband Schneeberg-Lindenau einige Bilder und die dazugehörigen Geruchsproben mitgebracht Erkannte Gerüche mussten nun nur noch den richtigen Bildchen zugeordnet werden und die Aufgabe war erfüllt Langsam aber sicher stellte sich der Hunger bei den Kindern ein Bevor es aber zu Tisch ging, wurden kurzerhand noch einige Äpfel geerntet, denn die sollten den Mittagstisch bereichern Ein Tag, an dem Kinder Naturphänomene austesten können Wie wichtig sind solche Veranstaltungen wie diese hier in Afalda? Ja, das ist extrem wichtig, solche Veranstaltungen, weil viele Kinder kommen gar nicht mehr raus Oder selbst wenn, Eltern wissen manchmal gar nicht, was kann man so mit Kindern machen, was kann man ihnen beibringen Und um ihnen halt so Natur näher zu bringen, zum Fühlen, zum Anfassen, um Wissen zu vermitteln, praktisch draußen Denn am Ende hat man nur ein Interesse für etwas und schützt etwas nur, wenn man es auch irgendwie kennengelernt hat Und darum sind solche Tage extrem wertvoll für die Kinder Und auch letztlich ist es eine Art von Naturschutz am Ende, den man damit langfristig ermöglicht Wenn man die Begeisterung für Natur weckt halt bei den Kindern Und wie bekommt man aus einer kleinen Holzscheibe Seifenblasen? Ganz einfach, mit fit und kräftigem Pusten Hat man den Dreh raus, ist es ganz einfach Naja, ganz so einfach war es dann doch nicht Diesen Tag werden die Kinder von der Dittes-Grundschule aus Wilkau-Hasslau nicht so schnell vergessen Und darum nahmen nun alle Kinder vor der Naturherberge in Affalter noch einmal Aufstellung für ein gemeinsames Gruppenfoto Sachsen hat am Mittwoch erneut ausreisepflichtige Tunesier in ihrer Heimat abgeschoben Das Flugzeug mit 21 abgelehnten Asylbewerbern an Bord startete am Mittag vom Flughafen Halle Leipzig aus Insgesamt elf Personen kamen aus Sachsen Dabei handelte es sich ausschließlich um Haftfälle bzw. Personen aus der Straf- und Abschiebungshaft Außerdem saßen zehn weitere Tunesier aus insgesamt fünf anderen Bundesländern in der Maschine Bereits am Dienstagabend hatte sich der Freistaat mit drei Ausreisepflichtigen An einer Rückführung nach Afghanistan vom Flughafen Frankfurt am Main beteiligt Darunter ein Haftfall Der Flug gestern war bereits der sechste sächsische Sammelcharter nach Tunesien in diesem Jahr Sachsen hat damit 2019 bisher insgesamt 83 ausreisepflichtige Tunesier in ihr Heimatland zurückgeführt 2017 insgesamt 109 und 154 im vergangenen Jahr Derzeit können aufgrund von Vorgaben durch das Herkunftsland maximal 25 Ausreisepflichtige pro Flug nach Tunesien zurückgebracht werden Zum Ende Juli 2019 hielten sich in Sachsen insgesamt 488 ausreisepflichtige Tunesier auf Davon sind derzeit insgesamt 301 geduldet, 191 davon wegen fehlender Reisedokumente Wir unternehmen jetzt eine kleine Zeitreise um zehn Jahre zurück Es geht nach Jöstadt Der Ort ist untrennbar mit der Schmalspurbahn verbunden Damals wurde eine ganz besondere Lokomotive präsentiert Sie wurde getauft, getestet und auf den Tag genau vor zehn Jahren konnte es endlich losgehen Seit dem 29. August 2009 ist das Schmuckstück in Aktion zu erleben Zur Einweihungsfeier in der Fahrzeughalle Jöstadt waren seinerzeit zahlreiche Gäste gekommen um den Umbau der Lok IK Nummer 54 zu bewundern Die IK ist eine der ersten sächsischen Dampfloks, die auf Schmalspurbahnen eingesetzt wurde Außerdem ist sie der einzige originalgetreue Nachbau in ganz Deutschland Rund drei Jahre hatte es gedauert, bis die Lok Nummer 54 endlich einsatzfähig war In Schwarzenberg ist vor zehn Jahren eine im Jahr 1878 gegossene Bronzeglocke in ihre Heimat zurückgekehrt Nach einem Umzug durch die Stadt wurde ihr zu Ehren an der St. Georgenkirche am 29. August 2009 ein kleines Fest gefeiert Die Glocke hatte seit 1943 mehrere Stationen, darunter zwischenzeitlich wieder in Schwarzenberg Zuletzt schlug sie aber in der Kirche zu Langebrück bei Dresden Dass sie wieder nach Schwarzenberg kommen konnte, ist auch dem Glöckner-Verein zu danken Für 13.000 Euro wurde das gute Stück den Langenbergern abgekauft In Breitenbrunn bewegte sich am 29. August vor zehn Jahren ein Festumzug durch den Ort Das war der St. Christophoros-Kirche zu verdanken Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde in Breitenbrunn feierte damals das 450-jährige Kirchweihjubiläum ihres Gotteshauses Der farbenfrohe Umzug war einer von mehreren Punkten des Festprogramms In zwölf Bildern stellten etwa 270 Mitwirkende die Geschichte der Kirche bis hin zu den einzelnen Kirchenkreisen dar In der Kirchengeschichte taucht mit Pfarrer Wolfgang Uhle ein bekannter Name auf Als Pestpfarrer bekannt geworden, versah Wolfgang Uhle von 1568 bis 1594 in Breitenbrunnen seinen Dienst Was tun in der Freizeit? Hier ein Open-Air-Tipp Jan-Josef Liefers rockt erneut in Bad Elster Am Samstag, dem 31. August, lädt der Publikumsliebling um 20 Uhr mit seiner Band Radio Doria zum Sommer-Open-Air in die natürliche Arena des Naturtheaters Bad Elster ein Stilistisch sind Radio Doria nach nunmehr zwei Alben vielfältiger geworden Mit Einflüssen aus den 80er und 90er Jahren über Funky Grooves bis hin zu klassischen Streichersätzen ist alles dabei Zu einer Benefizveranstaltung wird am Sonnabend in Lösnitz eingeladen Im Mume Campus am Markt verspricht der zweite Musikcocktail ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik und Überraschungen Beginn ist 18 Uhr, der Eintritt beträgt im Vorverkauf 6 Euro und an der Abendkasse 7 Euro Kinder haben freien Eintritt Karten gibt es im Vorverkauf in der Café Eisbar bei T. Elke, Postneubau sowie im Mixed Lotto-Laden Der gesamte Erlös wird an die Lösnitzer Stiftung zur Unterstützung krebskranker Menschen übergeben Die Top-Veranstaltung für Leichtathletikfreunde im Erzgebirge ist der Tumorwerfertag Am Freitag sind bei dessen 16. Austragung wieder Weltklasseleistungen zu erwarten Dafür garantieren in den Disziplinen Kugelstoßen, Discos und Sperrwerfen eine Vielzahl von Olympia-, Welt- und Europameisterschaftsteilnehmer aus 14 Nationen Bevor 17.30 Uhr die Hauptkämpfe beginnen, zeigen hoffnungsvolle Nachwuchsathleten ab 16.45 Uhr ihr Können Und zum guten Schluss noch ein Auweier des Tages In der Freien Presse hat Bundestagsabgeordneter Stefan Kühn von Bündnis 90 Die Grünen den Betreiber der Schachtanlage im Luxbachtal bei Pöhler diskreditiert So sieht das zumindest die SME, die Saxony Minerals and Exploration AG Kühn stellte maximale Gewinne der Bergbauunternehmen maximalen Verlusten für Menschen und Natur gegenüber Der Betreiber verweist auf ihren Umweltplan, den sie von einem unabhängigen Umweltplanungsbüro erstellen lassen haben In dem Papier das Grundlage für weitere Genehmigungsschritte ist seien alle geforderten Untersuchungen zusammengefasst und entsprechende Maßnahmen festgelegt worden Das betreffe die Umweltverträglichkeit, Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen, Grundwasser, Abraumhalde, Nachnutzung des Geländes und vieles mehr Nach Meinung der SME AG habe das Büro gründliche Arbeit geleistet und alle möglichen Aspekte berücksichtigt Befürchtungen, dass Besucherbergwerk oder Waldwege würden nicht mehr erreichbar sein räumte das Unternehmen in einer Pressemitteilung aus Die Einschnitte für Natur und Menschen seien auf ein Mindestmaß reduziert Demgegenüber stünden aber eine wirtschaftliche Aufwertung der Region Die Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze und die Nutzung des hier geförderten Materials ohne schlechtes Gewissen Kinderarbeit oder die Förderung durch für Mitarbeiter unzumutbare Bedingungen seien hier ausgeschlossen Das war erzt.tv kompakt am Donnerstag Morgen mehr, wenn Sie wollen Bis dahin können Sie auf erzt.tv.de und auf unsere Facebook-Seite gucken Einen schönen Abend wünschen wir Glück auf! Landtagswahl Sachsen 2019 Sehen Sie nun eine Wahlwerbesendung Erzt.tv ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet Für den Inhalt und die Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich So geht's nicht weiter Aber wir können eine ganze Menge bewegen Es geht um die Zukunft von Sachsen und von uns allen Zuhören, Verstehen und Umsetzen Ich möchte, dass wir den ländlichen Raum stärken Wir werden mehr investieren In Infrastruktur und in Forschung und Entwicklung Lasst uns hier gemeinsam was machen Damit wir auch in Zukunft vorn dabei sind Kinder sind einfach großartig Für unsere Kinder arbeiten wir Das ist alle Mühe wert Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen Ich möchte, dass Sachsen zu einem der sichersten Länder wird Beim Thema Sicherheit machen wir keine Kompromisse Ich arbeite dafür, dass Vernunft und Anstand gilt Und dafür brauche ich Ihre Stimme Ich bin ein Herzmensch und dazu stehe ich Eine Mischung aus Gefühl und Kompetenz ist genau das, was Politik ausmachen sollte Doch funktioniert diese Mischung heute im harten politischen Alltag? Nach meiner ersten Legislaturperiode im Sächsischen Landtag kann ich jetzt sagen Ja, das geht Auf diesem Weg möchte ich weitergehen Für unser Erzgebirge Heimatverbundenheit ist für mich nicht nur ein Wort Heimat ist Lebensgefühl In Raschau bin ich zur Schule gegangen Habe dort Handball gespielt Den Teamgeist lebe ich heute noch Und so stelle ich mir auch das Erzgebirge und das Sachsen der Zukunft vor Gemeinsam Werte schaffen Gemeinsam in einem schönen Umfeld leben Unsere Kinder sollen nicht entscheiden müssen zwischen besserer Bezahlung und ihrer Heimat Wer hart arbeitet, soll auch hier vernünftig bezahlt werden Hort und Kita sollen kostenfrei sein Unsere Kinder haben das verdient Sie sollen länger gemeinsam lernen dürfen Sie sollen auch später einmal gut mobil sein Am besten mit Bus oder Bahn über Tarifgrenzen hinweg Sie sollen hier guten bezahlbaren Wohnraum finden Infrastruktur darf kein Privileg der großen Städte sein Nicht bei Verkehr, bei bezahlbarer medizinischer Versorgung oder online Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen, dass ich fünf Jahre im Sächsischen Landtag für Sie tätig sein durfte Als Herzmensch mit Sachverstand lagen mir besonders die kleinen Sorgen am Herzen Aber auch bei den großen Entscheidungen auf Landesebene habe ich nie gegen meine Überzeugung gehandelt Als gelernte Krankenschwester und überzeugte Sozialdemokratin habe ich und werde ich mich auch zukünftig besonders zum Thema Gesundheitspolitik und Pflege engagieren Herzmenschen lassen nicht locker, wenn sie von einer Sache überzeugt sind So ist es mir gelungen, 200.000 Euro Förderung für unser Erzgebirgshospiz zu gewinnen Sehr gern bin ich weitere fünf Jahre das Herz der Erzgebirge in Dresden Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und hoffe zugleich auf Ihre Stimme am 1. September Ihre Simone Lang Unser Sachsen Der schönste deutsche Freistaat Sächsische Heimat Lebenswert Lebenswert Unterhaltenswert Tolle Wälder, tolle Landschaften, hier kann man super laufen Aber abends laufe ich seit kurzem hier nur noch mit der Laufgruppe Sachsen ist schön, Sachsen ist klasse, vor allen Dingen für meine Kinder Wir müssen natürlich daran arbeiten, dass das so bleibt Ich würde mir wünschen, dass es wieder so ist wie vor vier Jahren Geben Sie zur Landtagswahl am 1. September 2019 die Erst- und die Zweitstimme der AfD 30 Jahre Ungleichheit sind genug Reich und Arm, Stadt und Land Wir brauchen einen neuen Aufbruch Fortschritt und Zusammenhalt Renten rauf, Löhne rauf, Sachsen rauf Nazis? Raus! Wer sagt, wir sind nur Träumer? Erfindungsgeist braucht Fantasie Glashütte, Zwickau Präzise Technik und beste Beispiele Sachsen hat die Welt verändert und soll es auch in Zukunft Zukunft? Natur bewahren Wirtschaft? Dem Menschen dienen Gesellschaft? Ohne Wenn und Aber gerecht Wir bringen das zusammen Demokratischer Sozialismus Für ein Leben in Würde Am 1. September Die Linke wählen Landtagswahl Sachsen 2019 Sie sahen eine Wahlwerbesendung ErzTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet Für den Inhalt und die Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020